Hallo zusammen, mein Name ist Al Jeneit und ich bin Schauspieler. In der Schweiz kennt man vielleicht aus dem Film Drone. Das ist ein Actionfilm, den ich in die Hauptrolle hatte. Der ist auf Amazon Prime am Streamen. Ich spiele sonst regelmässig in Filmen, Werbungen, Theater. Gerade gestern eine Werbung hatte für Swiss Life Select. Und Comedy und Action sind vor allem die Genres, die ich am liebsten habe. Ich bin selber begeistert, Wintersportler, spiele Hockey und bin letzte Woche in Bergüen geschlitteln. Also so eine Wintersportlerrolle ist für mich auf jeden Fall eine Traumrolle. Und ich finde, es ist mir noch ein bisschen zu grün. Man sieht hier ein bisschen Frost. Aber nein, eigentlich, wenn ich das sehe, denke ich, ich würde gerne in Bern im richtigen Schnee sein. Und ich finde schon, Bern ist sympathisch und das würde mir gefallen. Auch eine Show. Danke und ich wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Tag. Danke, Ade.